Musik 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 Wir machen ein langes Video. Wir brauchen sehr lange Reisung. Oh Mann, die kleine Faust, der weiße Reisung! Das ist ein Schmecken hier! Ja, trotzdem lass dich nicht beißen! Wie süß! Der war so leicht, ja? Ja, süß! Das ist ein Schmecken! Der ist weggegangen! Aber nicht die Feisung! Ja, das ist ein Schmecken! Der verbrüht, der ist pur! Der vergrüht, der ist süß! Oh, die sind aber gattisch! Das ist voll der Dritte! Ja! Wir sind einmal rein, über die Igel! Ich muss jetzt zu! Vielleicht ist das andere bestimmt noch Zeit! Aber... Das ist voll der Dritte! Jetzt ist zu. Oh, jetzt kommen sie. Ja, guck mal. Da muss ich Ihnen da wohl noch ein oder zwei kleine Stücken geben. Ach so. Oh, da können wir ja nicht durchgehen. Wenn es offen ist, denkt man, da kann er reingehen. Habe ich auch gedacht. Na gut. Warte Schatz, ich will dich filmen bei den Dings. Du musst keine Angst haben. Das ist der. Ja, der hat man vorhin. Geh rein holen. Du musst keine Angst haben. Na ja. Wie ist das? 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 Hier gehts. Das haben wir angucken. Die haben wir angucken. Ich gucke gleich noch, der Große. Komm mal zu Micki. Zu mir. Ich habe nicht die Sprache. Ja, gleich mal zu, Dicko. Der Graue ist jetzt fertig. Jetzt kommt ihr. Die ist echt ein Baby. Die ist dick. Das ist eine spezielle Brotverkennung. Jetzt! Oh nein! Ich wüsste doch! Wir sind am Ende! Wir sind hier auf Lokal, die wir gepasst. Komm schon! Jetzt! Jawohl, steck rein! Das ist gut! Aua! Warte, warte! Noch eins! Bei dem muss noch zwei gewinnen! Ja, dann gib dir noch eins, warte! Halt fest! Oh! Oh! Gerade da war einmal Kiefer nicht weit, oder? Oh! Ist da! Ja, stopp! Ja, komm! Ja, hier, gehen wir zum... Ja, komm, der Pucki muss. Ey, keine Zeit herein! Wir sind ein bisschen gierig, da musst du vorsichtig machen. Mach ganz vorsichtig! Ich meine, nur grün ist das! Ja, sonst... Den nimmt sich jeder Sitzer, wenn er so ist. Oh! Ja, musst du ein bisschen vorsichtig machen, weil die ein bisschen... Ach so, sie war! Ja! Oder gib sich für die Märkweinchen noch auf! Ja! Weil bei denen ist das hier... ...diese gut ist dort der Bildungssitz! Okay! Da würde ich ordentlich meine Hände um ihn reinstecken wollen! Ja, nachher beißen zu gehen! Ja, nachher beißen zu gehen! Ja! Dann soll ich nicht nur deine Hände nehmen! Ja! 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 Soll ich dir auch ein paar Pellets geben? Worm kleine Storchen gehen! Ja! Ja! Du oh!